Der beliebte Schauspieler Heinz Hönig liegt im Krankenhaus und muss einer Herz-OP unterzogen werden. Er ist aber als selbstständiger Künstler die letzten Jahre aktiv gewesen und hat keine Krankenversicherung. Jetzt wurde zu Spenden aufgerufen. Wir gucken uns diesen Fall mal ganz genau an. Wie sinnvoll ist es, dass wir eine Pflichtversicherung für die Krankenversicherung in Deutschland haben? Sollten wir das eher nicht haben? Oder wie sieht hier der Gesamtzusammenhang aus? Und damit Moins zusammen, ich bin Olli für kritischen Content, jetzt gerne ein Abo dalassen. Und ich sage das direkt vorweg, wenn ich könnte, es ist ja offiziell seit 2009, wenn ich es richtig im Kopf habe, nicht mehr erlaubt, davor ging es ja für Selbstständige, dass man sich nicht Krankenversichern muss. Und ich sage das seit Jahren immer wieder und stehe auch weiterhin dazu, ich würde mich nicht Krankenversichern. Das, was ich machen würde, es gibt eine Einschränkung dazu. Die Einschränkung ist, ich würde hingehen und mir eine Zusatzversicherung abschließen oder wie auch immer man das dann nennen würde. Das gab es ja vor 2009. Dass wenn ich im Krankenhaus bin und eine schwere OP habe, gebrochener Arm oder sonst was oder jetzt hier im schlimmsten Fall solch eine Herz-OP oder ähnliches, die man schnell 100.000 Euro und mehr kosten kann, keine Frage, dass so etwas abgesichert ist. Aber für die normalen, in Anführungsstrichen, Arztbesuche, die ich habe, wenn ich mal beispielsweise Schnupfen habe, lass mir mal kurz in den Hals gucken, lass mich mal abhorchen, hier der Is und jenes machen, das ist in Ordnung, das kann ich selber bezahlen. Warum? Warum? Das bezahle ich als Selbstständiger auch gerade selbst. Ich habe eine Selbstbehalt, also eine Selbstbeteiligung von 1.000 Euro für meine Krankenversicherung und ich bin in der Regel unterhalb diesem Betrag. Zudem ist es bei meinem Krankenkassentarif auch noch so, es wird versucht, das Ganze attraktiv zu machen, dass ich eben meine Rechnung gar nicht erst einreiche. Und das läuft dann darauf hinaus, es heißt, wenn du im ersten Jahr, das du nicht eingereicht hast, bekommst du 200 Euro wieder. Im zweiten Jahr bekommst du schon 300 Euro wieder, dann 400 und das Ganze steigert sich über die Jahre hinweg, wenn du mehrere Jahre deine Rechnung gar nicht eingereicht hast. Und das nutzen sehr, sehr viele. Aber warum auf der anderen Seite muss ich dann trotz dessen jetzt aktuell einen relativ hohen monatlichen Beitrag bezahlen, wo ich das System doch gar nicht nutze, in keiner Art und Weise. Das passt für mich, für meine Einstellung her, hinten und vorne nicht zusammen. Und wenn wir uns jetzt die Situation bei Herrn Hönig hier angucken, Heinz Hönig braucht lebensrettende Herz-OP, ist aber nicht krankenversichert, heißt es hier. Und da könnt ihr mal eure Gedanken zu unten in die Kommentare reinschreiben. Ich weiß mit meiner Meinung, ja, nicht krankenversichert sein, Olli, du bist ja lebensmüde, das ist ja ganz gefährlich und alles. Ich sehe das anders. Ich habe es ja gerade eben nochmal ausgeführt. Und es gibt viele Leute, die offensichtlich in Deutschland, so wie auch der Herr Heinz Hönig, nicht krankenversichert sind. Was mir so gar nicht bewusst war, das geht wohl, indem man jahrelang in der privaten Krankenversicherung drin war und dann irgendwann diesen Absprung, man sagt ja in der Regel bis 55 Jahre sollte man gewechselt haben wieder in die Pflichtversicherung, also in die normale Versicherung. Wenn man das nicht schafft, in der Regel nimmt dich keine Versicherung mehr auf und dann hast du das Problem, wenn du nämlich deine Rechnung nicht bezahlen kannst, dann fliegst du aus der Versicherung raus. Und dazu hat hier der Fokus einen ganz netten Artikel verfasst, der irgendwie hier von der Struktur her komisch ist, aber egal. Versicherungspflicht, aber keine Kontrolle. Grundsätzlich sind Angestellte, die eine Versicherungspflicht arbeiten, also mehr als 538 Euro im Monat verdienen, sowie Sozialhilfeempfänger, automatisch krankenversichert. Selbstständige und damit auch viele Künstler müssen sich selbst kümmern. Sie entscheiden sich häufig für eine private Krankenversicherung, weil hier die Beiträge für junge, gesunde Menschen deutlich unter denen der gesetzlichen Krankenkassen liegen. Und im Alter werden die Beiträge allerdings schnell teurer, wie gerade eben geschildert. In Ausnahmefällen schlägt die Krankenversicherung dann mit mehreren tausend Euro pro Monat zu Buche, während Angestellte und Rentner im Schnitt 14,6 Prozent ihres Arbeitseinkommens oder ihre Rente abgeben müssen. Wer sich die Beträge nicht leisten kann, wird nach zwei Monaten abgemahnt, einmal, zweimal, nach sechs Monaten rutscht der Versicherer dann in den sogenannten Notlagentarif. Aus dem kommt nur heraus, wer die beanstandenden Beitragsschulden zahlen kann und die summieren sich so lange weiter, bis man wieder im Volltarif ist. Also, man muss ja das Ganze differenziert sehen, sag ich mal. Es gibt ja zahlreiche Schauspieler, die über Jahre hinweg viel Geld verdient haben und haben sich dann gedacht, ja gut, dann spare ich jetzt mal, indem ich in die Privatversicherung reingehe und eben mir nicht die gesetzliche Versicherung antue, die deutlich teurer ist. Aber dass die dann irgendwann mit ihrem Geld nicht mehr haushalten können und offensichtlich da Geldprobleme haben, das kann doch nicht sein, dass das dann der Allgemeinheit auferlegt wird. Das ist ein wichtiger Punkt, der mich persönlich an diesem ganzen System oder an diesem ganzen Situation jetzt aktuell halt auch stört. Denn, und versteht mich nicht falsch, ich wünsche niemandem irgendetwas Schlechtes oder Ähnliches. Und wer hier unterstützen möchte für den Herrn Hönig, das ist ihm freigestellt. Hier sind bereits 110.000 Euro von dem Spendenziel von 150.000 Euro zusammengekommen, weil jetzt großflächig dazu aufgerufen wird, zahlreiche Leute, die das Ganze hier mit ihrem sauer verdienten Geld unterstützen. Und ihr müsst das selber entscheiden, ob ihr da ebenfalls auch unterstützen möchtet, ja oder nein. Aber man muss definitiv darüber diskutieren auch dürfen, auch in einer solchen, ja ich sag mal gesundheitlich wirklich schwierigen Situation für den Herrn Hönig, ob das denn alles so in Ordnung ist. Denn an der Stelle nochmal passend hier mein Hinweis auf Freedom24, wo ich mir ja persönlich mein Aktien-ETF-Portfolio aufbaue. Warum baue ich das auf? Natürlich, weil ich irgendwann mal einen monatlichen Cashflow damit erzielen möchte, in dem hier durch Dividenden und auch Gewinnsteigerungen der Aktien ein Gewinn reinkommt bei mir. Wenn aber jemand viel Geld verdient hat und das nicht angelegt, sondern immer verpresst hat, ich möchte mir Herrn Hönig hier nicht irgendwas unterstellen, gar keine Frage, aber das wissen wir ja, dass das viele Leute gemacht haben. Da kann es doch nachher dann nicht sein, dass wir dann dafür aufkommen müssen, die Allgemeinheit oder aber über Spendenaktionen. Das finde ich dann sehr, sehr schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber nichtsdestotrotz, das ist meine Philosophie, Freedom24 hier mit dem Aktiendepot. Der Link ist unterhalb des Videos, natürlich in der Videobeschreibung drin, guckt es euch gerne mal an. Wie gesagt, ihr habt dort die Möglichkeit, Aktien-ETFs zu kaufen und zu verkaufen. Auch noch hat sich dann hier diese Natascha Ochsenknecht, und ich kenne ja deutsches Fernsehen gar nicht, ich habe ja von deutschem Fernsehen wirklich null bis wenig Ahnung, denn hier zum Beispiel dieser Film Das Boot, der ist ja tatsächlich gut bewertet hier bei der IMDB. Habt ihr den gesehen? Ich habe den noch nie gesehen. Also es gibt vielleicht zwei Hände voll deutsche Filme, die ich gesehen habe. Soll ich mir den mal angucken, dann schreibt es mal gerne in die Kommentare unten rein. Heinz Hönig hatte ja, wie gesagt, da eine Rolle, hat ja auch zahlreiche andere Rollen hier gespielt, war dieses Jahr in Dschungelcamp auch drin und hat angeblich ja dort auch viel Geld bekommen und so weiter. Man weiß ja nichts Genaues. Aber zurückzukommen zur Frau Ochsenknecht, die sagt nämlich hier, oder erklärt das Ganze auch so ein bisschen, wieso es so schwierig ist, für Künstler dann ja diese Kosten halt zu tragen. Denn man hat natürlich als Künstler, wenn man einen schönen Auftritt oder gerade irgendwie Veranstaltung oder auch einen Filmdreh oder ähnliches hat, natürlich gutes Einkommen. Aber das hat man halt nicht in der Regelmäßigkeit. Oftmals Tage, wo man kein Geld verdient. Und sie selbst sagt hier, 59-Jährige verrät, dass sie Risikopatientin über 900 Euro für ihre Krankenversicherung monatlich zahlen muss. Zitat, das ist ein Batzen Geld. Jetzt könnt ihr euch ausrechnen, was ich monatlich verdienen muss, damit ich meine Krankenversicherung bezahlen kann. Und klar, bei Pi mal Daumen 45% oder 42%, je nachdem wie viel sie monatlich einnimmt, an Steuer plus Soli noch obendrauf, muss sie ja alleine schon nur für die Krankenversicherung 1800 Pi mal Daumen einnehmen. Und das ist natürlich schwierig, gar keine Frage. Und klar, nochmal, ich kann verstehen, wenn Leute hingehen und sagen, okay, ich möchte mir dieses Geld sparen oder ich kann es auch einfach nicht, weil ich seit Monaten oder Jahren schon keinen Fernsehauftritt oder sonst irgendein Arrangement mehr gehabt habe. Und dann hat man natürlich ganz exorbitant schnell große Probleme. An dieser Stelle nochmal alles Gute für den Herrn Heinz Hönig und für eine schnelle Genesung. Nichtsdestotrotz über diese Situation, krankenversichert, ja oder nein, darüber möchte ich mit euch diskutieren. Macht das jetzt gerne unten in den Kommentaren. Abonniert den Kanal, wenn ihr neu seid. Bis zum nächsten und ciao.